Was ein Immobilienmakler für Sie tut, regelt ein Maklervertrag. Am besten geht das mit einem Alleinauftrag. Sie können auch mehrere Makleraufträge erteilen und auf den ersten Blick könnte man meinen, dass viele Aufträge schneller zum Erfolg führen als einer. Aber ist das wirklich so? In der Praxis hat sich gezeigt, werden mehrere Makler beauftragt, arbeiten sie zwar am selben Ziel, aber nicht miteinander. Denn sie konkurrieren. Das kann schnell ins Chaos führen. Kümmern sich viele Begleiter um den Verkaufsprozess, sind diese nicht mit vollem Einsatz dabei. Oder schlimmer? Sie verunsichern die Interessenten, weil unklar ist, wer der richtige Ansprechpartner ist und verschiedene Angebote im Umlauf sind. Vergleiche haben gezeigt, eine Immobilie verkauft sich schlechter, wenn sie von vielen angeboten wird. Für uns ist es selbstverständlich. Eine Partnerschaft beruht auf Vertrauen. Ein Immobilienmakler begleitet Sie bei einer der größten Entscheidungen Ihres Lebens. Denn beim Verkauf oder Kauf einer Immobilie geht es um hohe Vermögenswerte. Mit dem richtigen Immobilienprofi an Ihrer Seite verschaffen Sie sich Sicherheit. Denn ein Profimakler versteht Ihre Bedürfnisse, wahrt Diskretion und ist mit allen Aspekten des Immobilienmarkts vertraut. Er managt für Sie alle Aktivitäten rund um die Immobilientransaktion und bringt Sie schnell zum Abschluss. So sind Sie vor Konfusion, Irritationen und Besichtigungstourismus geschützt. Ein Makler-Alleinauftrag ist ein Pakt der Wertschätzung und des Vertrauens auf Gegenseitigkeit.